Gut, anknüpfen und weitermachen müssen wir bei den gleichwertigen Lebensverhältnissen in ganz Bayern, in Stadt und Land, dass wir hier Bayern noch weiter dezentralisieren, dass wir die Strukturen im ländlichen Raum schaffen, damit die Menschen dort ihr Lebensglück finden können, damit sie ihre Arbeit haben, damit die Kinder zur Schule gehen können, damit die ärztliche Versorgung stimmt, damit die Pflege stimmt. Also da ist eine ganz große Aufgabe, dass wir hier den Siedlungsdruck nach München und Nürnberg lösen und dass wir hier eine Struktur mitgestalten, die Bayern letztlich gerecht wird.